Ah komm, noch eine! Nee, nee, Abbruch! Abbruch! Hallo und herzlich willkommen zu DollyTV spielt ein neues Spiel namens The Way Out und da es ein geiles Koop-Spiel ist, haben wir uns gedacht, spielen wir das mal im Koop und bei uns ist der gute Daniel Hola, geht hei und wenn ihr gerade live zuschaut, dann könnt ihr auch im Multi-Stream zuschauen, wie das bei ihm aussieht oder ihr guckt bei mir weiter und wenn ihr es gerade bei YouTube guckt, dann schämt euch guckt das mal beim Mixer demnächst, weil dort könnt ihr nämlich unsere Kameras alle unterschiedlich angucken und ihr könnt selber entscheiden welchen Bildschirm ihr gerade sehen wollt, das ist mega geil, so viel zur organisatorischen, wir sind schon direkt im Spiel, ich habe das Spiel nicht gekauft, Daniel hat es gekauft, man kann das ja sharen, dieses Game und aus diesem Grund, würde ich einfach mal sagen, starten wir direkt rein, weil wir sind doch alle heißer als Frittenfett die hat eine ganze große Nase die hat eine große Nase ja aber du weißt ja was man über Menschen mit großen Nase sagt deswegen gehe ich nach links warte mal kurz Straftaten, lass uns mal kurz zu lesen ich habe bewaffneter Raubbefall, Körperverletzung, schwerer Diebstahl ja das klingt eher nach mir, Mord ist nicht so meins, ja gut, der Betrug Unterschlagung und Mord ist eher so meins 8 Jahre Haft, 6 Monate verblieft ich war ja quasi gar nicht im Knast im Gegensatz zu dir ich habe irgendwie richtig 14 Jahre Haft genossen, ne? aber von der Persönlichkeit bin ich eher der Linke und du eher der Rechte bitte? ich bin doch nicht ratzender diszipliniert und zurückhaltend sag ich ja, ich bin eher der Linke und du der Rechte die Persönlichkeit müsste eigentlich genau andersrum sein obwohl sarkastisch, also bin ich sarkastisch, du Hurensohn? ähm Leo wuchs in einem weißen Haus auf und schlug schon früh eine kriminelle Laufbahn ein, als er einen berühmten Diamanten stiehen wollte, lief alles fürchterlich schief, jetzt muss er aus dem Gefängnis entkommen und die Dinge für seinen Sohn seine Frau und sich selbst gerade biegen das ist Leo 36 ist er übrigens und deiner, nach Abschluss seines Finanzstudiums und der Heirat mit seiner Highschool-Liebe trat Vincent einen Job im Bankensektor an sein Leben geriert er aus dem Fugen als er durch die Aussicht auf schnelles Geld in die Welt aber das ist doch gar nichts mit Mord ich dachte er hat Mord begangen ja, kommt, also wahrscheinlich kommt das noch ok, wollen wir das jetzt so lassen oder wollen wir ja, auf jeden Fall ok, gut also, ich wollte schon immer mal in deine Haut schlüpfen und ich wollte schon immer mal in dich schlüpfen außer am Wochenende ich bin schlüpfrig so bin ich mal, äh ich bin ein bisschen hibbelig mir kitzelt in den Finger weil ich ja schon mal gemordet habe, ne ok ich lass das jetzt einfach mal so stehen unsere persönlichen Anschriften finden sie übrigens nicht in unserem Impressum Hashtag nicht in unserem Impressum die Zahnbürste ist nicht ins Klo gefallen ich wiederhole, nicht ins Klo gefallen das ist aber ein langer Ladebildschirm ja, ähm weil ich dir auch so eine lange Nase habe, weißt du ja spüren wir GTA 5 wir spielen Hazel Light Studios Presents Rison Aria Hitchhiking Prohibited da darfst du niemanden mitnehmen sonst kommst du da auch im Knast wie ist da eigentlich die Soundqualität? ist die gut, ja, ne? kann man, kann man mitnehmen ich hab jetzt ich hab jetzt nicht an den Pegeln geredet äh, an den Pegeln geredet, alter gedreht meine ich natürlich stand da irgendwas mit zwei Wochen vorher, vier Wochen später? ne, da stand einfach nur irgendwas presents close the gates close the gates das warum hat der britischen Akzent? das ist doch eindeutig USA Gott war ich das oder bist du das? das bist du ich bin der Mustacheboy stimmt, ich bin der Alte sitzen wir hintereinander? nein, nein nein, nein oh, das muss man sich merken muss man sich merken 16,35 direkten Hit gibt's ja auch ein alternatives Ende? können wir einfach kann ich jetzt einfach mal eine 14 Jahre mal ausprobieren was noch passiert also, jetzt mal so ganz kurz ein Hit bevor es los geht ich bin derzeit enttäuscht bei der Grafik ja, ist auch nur ein kleines Spiel, ne? ja, ja okay, wir sind jetzt schon nebeneinander ja klar, Splitscreen das ist doch das große Ding an dem Spiel das Splitscreen so, ich hab gedacht Splitscreen ist nur wenn man wirklich nein, dann würde das ganze Spiel doch gar keinen Sinn mehr machen okay, du bist jetzt schon drin? ja, das ist doch asymmetrisches Gameplay mein Boy okay, pass auf also jetzt mal so ganz kurz du gehst da durch der Typ winkt mich eigentlich hier lang, ne? ich prügel mich jetzt hier erstmal ich würde jetzt einfach mal nach hinten gehen ich würde jetzt einfach mal nach hinten gehen also, ich geh jetzt einfach aus dem Gefängnis raus ich versuche jetzt einfach mal, ne? Sprint mal links sich reinrücken ok, dann nicht er sagt, ich sollte umdrehen warte, ich versuche es nochmal ich hab so einen Kombinierer raus warte, ich versuche es nochmal ah, nein, das ist nicht also, wo versprinten? ich kann nicht sprinten ich laufe anscheinend sehr entspannt hier durch die Pumper shit dude that fight out there it was brutal I can hear bones crack heftig ich kann doch nicht I guess you're right but we fight in here every damn day it's way too crazy in this joint kann das sein, dass es ein Spiel für Frauen ist? gewöhn dich dran bist du hier nicht im Urlaub generell gewöhn dich dran look dude I don't want any trouble just leave me alone relax I'm just trying to toughen you up oh man another tough type no shit mag meinen Charakter jetzt schon ein guter Junge also ihr mit zwei Leuten schnacken könnt ich bin aber generell uninteressiert an den Wichsern ich bin äh generell ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden ja hallo hey what's up with you having the best day of my life man das kann ja jeden an das schreiben sie da ok ich bin halt auch eher so der ruhige Typ ich bin mit der ich bin mit der ich bin mit der ich bin mit der die stimmung nein nein das steht ausziehen ausziehen würde den charakter tauschen ich fühle mich ein bisschen dreckig glaubt die fassen mich gleich an ich glaube nicht ich glaube schon ich glaube ich bin noch nicht mal ich hab noch nicht mal mein zählenkollegen gesehen und ich wurde jetzt schon vergewaltigt oh dead ass zensiert das zensiert das ist ja gut dass ich noch auf 18 gestellt habe gerade du kriegst richtig den spa gerade einmal schön die kruste runter schrubben bei mir gehts action was bei dir denn passiert ich bin immer noch schön nackig wenn ich hier im fkk abteilen das kummer ich kann zugucken wie du da gerade stehst du spanner und wer ist er hier Clark Gable da würde ich schon mal fragen wem gehört das gefängnis komm mal von hier oben runter direkt tot bringt mir aber auch nichts er wird direkt getötet aua 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 er ist ja froh dass das ding nicht von hinten bekommen hat okay wir sind sechs also schon mal wichtig wir sind in 10 block b ja guck mal hier runter gucken mich befreit nur eines du siehst nicht frei aus hey kannst du noch hier runter gucken ne ich bin gerade im dialog bro ich versuche noch zu fischen ich hab sie von oben lustig aus warte ich gehe mal rein ich mache es hier drin ich wollte schon immer Balletttänzer hier im knast werden warum kannst du denn joggen und ich nicht hey leo so looks like you got yourself a new name ja denn ich bin vollkommen egal ich wollte gerade sagen just keep your eyes open later see you around hast du mal The 70s Show gesehen ja die wilden 70er weiter Arschloch echt also ohne witz ich finde das sehr schl... also warum beleidigen den immer das ist mega erniedrigend dass du da gerade nackig durch den ganzen Saal rennen musst vor allem Fußpilz mäßig halt auch richtig hier ich glaube das ist mega sauber da umziehen ich will mich eigentlich nicht umziehen ich fühle mich eigentlich hier sehr wohl nackig kann ich nicht nackt bleiben ich schreib jetzt was ich schreib jetzt wie mein Tag so war bis jetzt mach mal noch einen Strich mach mal noch einen Strich vielleicht geht die Zeit dann schneller vorbei ne geht ne ich muss mich jetzt erstmal anziehen der guckt aber mir ganz schön auf den Lümmel er will es auch aber er denkt sich einfach so Hashtag schöner Schniedel Hashtag 49 wo bist du denn took you long enough ich bin links neben dir sind wir direkt mit Nachbarn? ja ja ist ja easy aber haben wir ne Solo Zelle oder musst du dir auch was teilen ne jeder ist Solo so wie ich das gerade gesehen habe ich bin ja ein paar vorbeigegangen da war immer nur einer drin das heißt wir haben richtig sweet oder was hm das ist mega sweet leo leo jemand möchte mit dir sprechen ja wer ich weiß nicht man er ist da das ist alles ich weiß warum kommt der denn da nicht rüber vielleicht traut er sich nicht war ja richtig unnötig ok ich hab mein was steht bei mir unten ich kann es nicht lesen weil mein Chatfenster davor ist das ist eigentlich total dumm abbrechen steht da was soll ich denn was soll ich denn abbrechen du kannst wahrscheinlich aufstehen ok was soll ich den Punkt in der Nähe finden ich werde ihn töten nein Mann du kannst das nicht sie werden dich einfach wieder in und es wird für gut diese Zeit ich will nicht egal ich werde ihn trotzdem töten witzig ok oh ja komm Digga komm wir ziehen auch rein ich muss nur den richtigen Moment oh shit du kannst nichts machen oh ja wie du ihn kennst wie ich kennst wie das wie ich kennst wie das wie ich kennst einfach was ich kennst noch Fragen einfach lass mich alleine ich frage erstmal die ganzen Leute hier aus bevor ich zu dir komm wer gewinnen ich bin natürlich wenn man immer gewinnen hat ich bin natürlich du呼fst mich für einen witzig natürlich ich war ja auch erst mal ein paar klimmflüge ich jetzt schon den leuten tipps gewinnt erst noch nicht mal zehn minuten hier bin ich mache jetzt erst mal 15 das ist ganz schön anstrengend das kannst du die anstrengend dass sie anstrengend das wird das ist ja geil oder komm ich muss die fünf zu machen 14 hier kommen jetzt muss man ganz kurz mit entscheiden ja er sagt zu mir ich soll mich um mein eigenes business kommen ja es ist mein erster tag hier oder gibt sie irgendwelchen ärger ich bin ja eigentlich sehr neugierig das war anstrengend guck mal die ficken den von hinten guck mal jaja ich glaube er dass er brechen muss wow was going on here he's a chiropractor he's going to fix my neck kairo what it fixes people up snaps things back into place you know what do you mean what do you mean what do you mean what's going on here never mind ok ok ich mache mir direkt schon die freunde es ist halt du würdest jetzt gleich auf der anderen leite stehen weil ich stehe hier am zaun ich muss erst mal story machen ich will nicht mit allen reden ich bin nicht so der gesprächige typ hey new fish anybody gets you yet what are you looking for friends we'll take good care of what do you want go away and mind your own business did you just tell me what to do what are you going to do about it stand up and i show you look look we want no trouble okay yeah then tell that to your boyfriend okay i will relax okay ich glaube ich habe alle hier oder oh ne du bist auch noch einer also du hast ja oben recht oben den Tag dass du zum Busterfett kommen sollst ne ja aber hast du es gesehen okay okay ja ich gehe jetzt mal zum Basketballfeld okay ich bin beim Basketballfeld ja we do have you tried hey okay let me go why don't you there you are it's time to play Aua ich habe doch gerade erst trainiert what the fuck do you want it's not about what i want it's about what Harvey wants that piece of shit better be happy he's on the outside he might be on the outside but he still pays me good eh fact is he pays me really good to kill you and i don't really like you so it's a win-win situation for me yeah au oh da hast du aber kapiert eh ich möchte dir helfen ja warte mal ab oh geht auch los what are you doing ich will doch nicht helfen hehehe hehehe take him down ah idiot come on motherfucker jetzt jetzt hauerei mach ich das? ne du machst das ich mach das ich mach das boah du hast da so richtig gip dem junge street fight skills drauf bam 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 gib ihn alter wir sind die besten noch keinen schlag kassiert bis jetzt ich schlag mich hier grad mit dem killer hast du ihm grad ne buggpfeife gegeben? ja natürlich manchmal muss man auch einfach so ne schöne bit slap geben oh der war schön der war schön ich finde es geil, es macht Spaß wir prügeln uns einfach raus wir fliehen nicht, wir prügeln uns raus das ist wie die Pfeife ihr hättet ein Loch gesagt das geil ist dir voll den Arsch gerettet, du Wichser ja, aber warte mal, das krasse ist ja wir hatten gerade Massenschlägerei auf dem Hof und wir wurden dafür nicht verknackt also, ich glaube, der hatte auch einfach gar keinen Bock zu arbeiten, so, heute der warte der dachte sich einfach so, ja, ich triller jetzt hier so ein bisschen und das war es dann endlich essen endlich essen hast du eigentlich die Party privat gemacht? oder, nee, ist meine Party, ne? egal deine Party, ja alter, der hat aber auch eine große Nase ist ja unglaublich ich habe riesen Ohren so, ich habe was zu essen in der Hand geil, guck mal rumfliegt das Essen so, äh ich kann mich da hinsetzen oder da hinsetzen ist jemand talking? no ich kann mich jetzt nicht an den lehren töten ich kann mich an den lehren töten ich kann mich an den lehren töten ich kann mich an den lehren töten ich muss jetzt x drücken ja, ja, ich möchte mich warte, wo bist du? links, guck links, guck links, guck links, guck links, guck links, da geradeaus rechts, da, hinter der Säule hinter der Säule da, ok ja, warte, ganz gut okay, guck links, 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 guck links Oh, oh! Kein Essen! Kein Essen! Aua! Das hab ich gar nicht passiert, ey. Das werden wir jetzt einfach nur wieder prüfen. Ah, ich ziehe! Das ist immer schön. Das ist richtig durch den Saft gezogen, ey. Joa, läuft bei ihm! Ah, hey, take this! I'll kill you! Zurückziehen. Okay, zurückziehen. Hast du gesehen, wie ich ihn in die Pfanne ins Gesicht geschmettert hab? Let me carve you up! Get out as long as she never been born! Come on, come on! Fuck you, man! Immer ins Gesicht, ey! Now I got your corner. You can rub it. Oh, oh. Der ist ein... Die brauchen überdurchschnittlich lange. Wer hat gerade den Werder gepopst, oder was? Who wants to die first? You? Yeah, come on! Die! Ha! Ha! Come on! Oh, was? Take this! And this! Heftig! Der hat einfach mal so einen Werther abgestochen. Werthas Beste, sah ich da nur. Werthas Original. Wir müssen doch so ein paar Werther Jokes rausholen. Geil. Jetzt erstmal die Bitch anfassen. Scheiße. Pfff! Ich hasse diese Dinge. Du hast keine schlechte Dinge, die hier zu beschäftigen. Just be careful. Zack, Arm ab. Oh, ich kann spritzen, aber auch nicht sehen, ne? We are all right. Just lay down a rest for a while. Was mach ich da drüben? Ach ne, das bin ich gar nicht. Wir hätten sie mal fragen sollen, ob sie irgendwas gegen deine große Nase hat. Ha! 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 Hey! Hey! I'm Leo. Vincent. Vincent Raven. Thanks. Don't mention it. Ha! Ha! I mean it, man. What's your beef with that guy anyway? Ah, let's just say it's a long story. But don't worry about him. He's out of picture now. Could you do me a favor? Like what? There's something I need. What's that exactly? Nothing, man. It's simple. I just need you to watch my back while I get it, that's all. Sorry, not interested. He is. You know what? Fuck it. I'll do it myself. Wait, wait, wait. What? You can't just walk out of here. Of course I can. We're gonna both end up in the hole. Well, I don't have a choice. Alright, alright. I'll help you. Oh, leicht überzeugt. Just don't get caught. Okay. Keep your eyes sharp. Yeah. Okay. Okay. Ich komme jetzt erstmal rüber, gib dir Handjob. Warte mal, also irgendwas kann ich hier mit Y machen. Ich habe auf jeden Fall den Rundumblick. Halt. Ich habe den Rundumblick. Halt. 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 Okay, ich lenke die Schwester ab. Schwester rufen. Oh, du stehst ja schon. Versteck dich. Ja, ja, ich bin doch. Ich bin der schnellste Verstecker der Welt, ey. Oh mein Gott. Oh Gott. Hau sie jetzt. Boxy. Ist dir sicher, dass du jetzt schon gehst? Warte. Stillhalten. Was kann ich für dich? Wie kann ich, äh, wo kann ich gehen? Stopp. Du? 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 Was machst du denn? Was machst du denn? Ja, ich dachte, guck mal, ich wollte dich verstecken, aber ich habe mich auf die falsche Seite der, ähm, der Wand gesetzt. Da, so wollte ich mich eigentlich hinsetzen. Warte, jetzt bleib, bleib. Okay. So. Warte. Ich rede erstmal mit der Alten hier. Do you know when I'm getting out of here? Is that why you called me over? Yeah. Sorry. But I'm a bit bored here, you know? Ich... 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 Irgendwie nicht, ne? Okay. 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 Okay, die Schwester, tanzt jetzt hier noch rum. Leo, hilf. Warte. Mach mal, ob du. Sorry. Ich werde hier nur restlos. Ah. Es ist heiß. Schau, was du mir gemacht hast. Okay. So. Äh. Oh. 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 Kurz gekommen, ey. Ich glaub, ich kann nix mehr machen. Schwester. Ja, warte, ich mach gerade gar nichts. Okay, die Schwester hat... sonst noch was? Warte, ganz kurz. Äh. Ich hab Schmerzen. Äh. 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 Pornhorn. Ich hab's. Ich hab's dir hin. Ich hab's dir hin. Ich hab's. Du kennst? Das ist immer das gleiche, aber ich wollte mich wirklich, ich glaube man hat es auch gesehen, ich wollte mich auf die eine Seite, aber irgendwie habe ich es mit der Steuerung nicht ganz hingekriegt, es war dumm, ich weiß. Okay, also da liegen Blätter. Falls wir ausbrechen wollen, da liegen Blätter, sehr gut. Die Hakennaze ist aber auch präsent, ne? Ja, ich meine, also die nehmen schon sehr viel ein vom Bild, also für ein Splitscreen, wir brauchen eigentlich noch einen eigenen Bildschirm, nur für die Nase. Jetzt erzähl da mal eine Geschichte, mach das mal spannend. Das sind die Huren, ich helfe dir und du sagst nichts? Nein, wir werden noch beste Freunde, warte ab. Das hast du schön gesagt. Ja, ich habe ein Gefühl, ich habe das gemacht, was du gemacht hast, aber du musst zurück. Hey, hey, what I'm sure you have good reasons to bust out of here, but I need to get out of here, too. Yeah, not my problem. Just offering my help here. You know what? I don't need your help. I can handle myself. Yeah, like you did in the infirmary back there. You're trying to be funny. No, I'm not. Listen, I'm pretty much in on this. Just trying to make you understand that you could really use my help. Like I said, I can handle myself. He's quite arrogant. What about Harvey then? Yeah, but I'm still a cool boy. Hau ihn! What the fuck do you know about Harvey? Who have you been talking to? The walls are thin in here. Am I supposed to believe that? Let's just say that you and me have something in common. We both want him dead. We both want him dead. We both want him dead. You don't know shit about me, man? Maybe not. But Harvey killed someone very close to me. With or without you. I'm going after him. Ach so, du hast gar keinen umgebracht. But I'm pretty damn sure, our chances would be a lot better if we work together. And you know that. Jemand anders hat deine Frau umgebracht und du bist jetzt der Schuldige. Ah, das kann natürlich gut hinkommen. Aber da bin ich eigentlich voll lieb und so. Ja. und hast jetzt so einen geilen Nasenfreund wie mich. Ja. Eher so der so. 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 Ja. Drei, drei, vier, sechs, fünf. Wichtig, merken. Verstanden du mal auf dem Bus? 16,35. Und in welcher Zelle war ich? Äh, 41? 49. 49. 49? Okay. Okay. Im Block B, ne? Ja, B war richtig. Ja, du hast ja voll die Premium-Aussicht. Ja klar! Ich bin aber schon länger da. Du bist ja noch im Tutorial. Wie kann ich denn mit den dünnen Armen 15, äh, Dinger machen? Schlimmzügereien. Ja. Das ist mein Plan. Und ich entscheide, was runter geht. Hast du das? Ja, was du sagst. Ich meine es, Mann. Wenn du das aufhörst, werde ich dich selbst töten. Ja, ich verstehe. Also was ist dein Plan? Du wirst schnell wissen. Er erinnert mich mega an Tony Montana. Ja, stimmt. Das ist mein Plan. Wenn du das aufhörst, werde ich dich selbst töten. Und ich werde dich finden. Und ich werde dich töten. Ja. Ich bin Batman. Ist das jetzt vorbei? Ja. Ja, wir haben es durchgespielt jetzt. Guck. Ja. Guck, da sind wir wieder am Anfang. Charakter dabei. Ja. 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 Wir haben schon die richtigen Charakter gewählt. Ja. 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 Du hast die Lampe an. Apropos trinken, ich hätte ja noch ein Bananeweiz. Alter, ich habe richtig gut einen neuen Gin gefunden. Die Flasche sieht zwar aus, als wäre das ein 2-Euro-Gin, aber der ist echt gut. Brokers, oder Brokers heißt der. Mit so einem Hut obendrauf auf dem Deckel. Ist das nicht Tequila? Ja, dachte ich auch. Normalerweise, warte mal kurz, Story. Was hat er denn jetzt bezahlt? Wahrscheinlich Zigaretten oder sowas. Wofür will er denn jetzt die Blätter haben? Das habe ich mir noch nicht ganz verstanden. Vielleicht will er auch einfach nur rauf, um mal runter zu gucken. Hey, Fred. Was ist denn? Oh, gut. Was willst du? Wir haben ein paar Arbeitnehmer hier. Wir brauchen eine Veränderung. Ah, sorry. Wir sind voll. Ich bin sicher, wir können etwas ausführen, oder? Ich wüsste zu gern, was er ihm da gerade zugesteckt hat. Smarties? Oder wie bei, ähm, wie bei, warte mal, wie ist der? Ähm, der Fußballfilm mit, mit, mit Jason Statham, weißt du? Wo auch Cheeseburger, der Typ, der immer Cheeseburger da dabei hat. Ja. Terry Crews ist, du spielst doch den Typen, der immer Cheeseburger, äh, mit Cheeseburgern dealt. Ja, ich glaube, das ist nicht. Ist das War Machine? Ist das in einem Fußballfilm? Dicker, wisch mal mit her. Dann wisch ich hier jetzt auch für dich. Guck mal, was ich gemacht hab. Guck mal. Ich rede auch mit dem Polizisten. Ich hab einen Stock, ich hab einen Stock. Ich möchte auch einen Stock haben. Komm mal, I don't have all day. Sure. Just give me some time. Where is that thing anyway? Over there. Now how the hell you gonna get up there? Was machen wir jetzt? I just need to distract that guard. Then we'll be up there in no time. Yeah? Wie lange soll ich den hier noch wischen? Nee, du musst jetzt erstmal geil wischen. Das ist für sicher. Don't worry about it. I'll take care of it. Okay. Zwisch jetzt eine Stunde die gleichen Stelle. Ich hier auch zu wischen. Das ist mir zu doof. Ich klebe hier nochmal übers Deck. Guck nochmal. Hey, meine Brüche ist broken. Jetzt bleib hier. Guck mal. Der geht jetzt raus. Äh, rein. Und holt mir einen neuen Stock. Und in der Zeit kletter ich eben hoch. Way too long, man. Okay. Komm schnell zu mir. Komm, renn, renn, renn. Renn, 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 renn. 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 Rechts, rechts, rechts. Jump hoch. Oh, wie hübsch du mein Schwanz. Äh, nicht mein Schwanz. Achtung, Achtung. You, what are you doing? Nothing, what's the problem? Wie, wie verstecke ich mich? Äh, einfach X. Ich habe dir eine neue Brüche. Komm her. Okay. Aber du machst das schon. Now get back to work. Yeah, yeah. Hurry up. No slacking on the job. Ja, ja, ich wisch ja schon. Oh Gott. Time to head back. Okay, ich hab's, ich hab's auf jeden Fall. Ich wisch schon mal. Das Problem ist, ist es, jetzt ist da noch der Typ hier unten, oder? Komm jetzt hier nicht runter, ist das Problem. Warte. Wohl doch, warte, ich komm da hinten runter. Doch, 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 warte. Ich glaube es schon. Cutziehen. Okay, warte, 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 warte. Ich hab doch gesagt, warte. Ja, ich hatte, ich hatte, ich hatte, äh, äh, falschen Knopf gedrückt. Ich hatte, ich hatte Tomaten in den Ohren und Gurken auf den Augen. Achso, nee, okay. Ich hatte den Ei nicht gesehen, okay. Check. Ich bin hier in Deckung. Okay, go, go, go. You're telling me, him, mate. This uniform is making me sweat like a pig. You should get some beers. What? You know, some nice cold beers. Let it cool us down and make beers go buy faster. Yeah, that's true. So, you're gonna get us some beers? You think this is a restaurant? Alright, get back to work. Okay. Okay, ich muss jetzt wieder wischen. Ich kann dir gerade nicht so richtig helfen. Ja, ist okay. Voll, ich kann dir ein bisschen labern. Achso, komm zurück. What do you know about the guards up here? What do you mean? You know, when they take breaks and stuff. They don't really. They're always keeping an eye on them. Okay, shit, warte mal. Also, die Tür hier hinten ist zu. Dented Painter, einen wunderschönen guten Abend und danke für den Follow. Ja, DentedPainter20. Schönen Abend. Danke für den Follow. Die Dullis freuen sich. Ich mache jetzt mal einfach ein Porno. Komm mal bitte. Ja, was? Komm mal bitte hier hinten zur Tür. Nee, nee, andere. Yo. Das war der das leichteste Schloss der Welt. Wenn das mit einem Drecksstock geht, ne? Ganz im Ernst. Es ist sauheiß hier oben. Da, der schwarze ist Fred. Links. Warum haben wir das jetzt abgegeben? Das habe ich noch nicht ganz gecheckt. Weil er bringt das jetzt raus für uns und gibt es uns wieder. So, das ist ja easy. Weil wir kommen nicht ohne Abtasten durch die Tür. Weißt du? Aber er ist der Pimp oder was? Er ist der Pimp und er gibt uns jetzt durch das Buch den Meißel. Wobei ich glaube, dass das eine Pfeile ist und kein Meißel. Aber, okay. Das das noch funktioniert, ne? Obwohl doch, es ein Meißel ist, keine Pfeile. Komplett. Krieg ich dir nicht zu lesen? Augen offen halten. Klick. Jetzt baue ich mein eigenes Klo hier ab. Okay. Es kommt jemand. Okay, 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 okay. Oh Gott. Oh Gott. Mach das zurück. Mach das zurück. Hallo. Oh. Hallo, Officer. Oh. Ablenken. Excuse me. What? Haben Sie ein Buch für mich? Ich dachte nicht, dass es auf einmal dein Gespräch schon zu Ende ist. Warte, du musst erst mal ganz entspannen. Ich gehe jetzt hier vorne wieder hin. Ich gucke jetzt hier raus. Ja, ich schraube jetzt nochmal. Der eine kommt wieder. Genau. Kannst du das erst mal nur lose machen, ohne es erst mal abzuziehen? Ja, ja. Okay, er kommt jetzt. Ich schnack jetzt erst mal hier mit ihm. Ja, ich mache direkt eine Schraube lose. Ich mache noch eine. Komm, noch eine. Ja, er brach! Er brach! Ich mache wieder. Ich mache wieder. Eine ist noch. Ja, eine ist noch. Okay, go, 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 go. Weiter. Okay, 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 mach weiter. Du kannst, du kannst, du kannst. Zieh durch, zieh durch, zieh durch. Tippen, tippen doch mal schnell. Danke, Alter, ich tippe hier wie ein Weltmeister. Ich tippe wie ein Tipp-Weltmeister. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Das ist aber nicht normal hier. Okay. Guten Tag. Guten Tag. Das geht? Das geht. Was machen sie denn so? Alles klar. Am Wochenende. Kann ich ihn ablenken? Stopp, nichts. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Stopp, nichts. Nicht machen nichts. Ja, 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 alles gut. Alles gut, alles gut. Komm, ich hacke jetzt noch mal. Oder? Nein, nein, nein. Nein, warte, warte. Er geht gleich wieder zu dir. Ganz entspannt. Jetzt guck doch nicht so. Warte, jetzt kommt der andere. Nein, bleib da. Digger, die sind ja richtig wanderig. Lassen Sie uns doch jetzt mal ausbrechen. Okay, wenn er, sobald er weggeht, sobald er weggeht, hacke ich ihn richtig ein. Nee, noch nicht. Achso, der kommt aber zurück. Ja, ja. Okay, okay, okay. Genau, er kommt wieder an dir vor zwei. Ich schlafe noch mal. Okay, und drei, zwei, eins und go. Okay, okay, okay. Du, 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 du. Ich glaube, das Ding noch. Titten, 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 titten. Titten, 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 titten. Äh, titten, titten, titten. Tipp schnell da doch mal. Alter, ich tippe jeden Spezialboy. Was ist denn der Spezialboy? Ja, ich. Er kommt, er kommt wieder. Muss ich jetzt auch noch tippen? Alter, hab ich ja gar keinen Bock drauf. Nicht jetzt. Nein, ich guck doch erst mal nur. Ich guck nur so rum. Ich guck, was so geht. Guten Tag. Du kannst auch abbrechen, zu gucken. Oh nein. Jetzt kommt der andere schon wieder von der anderen Seite. Ja, ist doch egal, ist egal, ist egal, ist egal. Scheiße, du kannst die Ecke ganz schlecht einsehen, ne? Was, ich kann gucken. Ich kann gut gucken. Ich kann rechts gucken und ich kann rechts gucken. Ja, aber links siehst du es halt. Ich lenke ihn nochmal ab. Wieso, ich bin doch fertig. Du musst jetzt das Ding kriegen. Ja, aber. Ich kann es dir jetzt natürlich einfach rübergeben. Guck mal, was er dann sagt. Äh, sie kriegen da was. Soll ich das mal kurz rüber erreichen? Nein, nein. Noch nicht. So, kommt links wieder auch wieder einer? Ja, scheiße, er kommt wieder. Oh Gott. Oh. Ich hab mich auf die Hand rausgehalten. Äh, äh. Oh. Meine Hand fing so. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Komm, ich geb's dir jetzt. Nein. Okay, den Zyklus müssen wir noch abwarten. Wenn er weggeht, wenn er, warte. Leg dich schon mal hin. Okay. Hier. Komm. Sorry. Ich wusste nicht, dass ich auch was mache. Guck, 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 guck. Ja, ich guck richtig gut. Stopp, 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 stopp. Ich gucke richtig gut und der schreit instant still. Nicht, 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 nein, 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 aber ich kann mich nicht mit denen unterhalten. Doch jetzt, 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 mach, 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 mach. Weg 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 weg. Dann hat er gesagt, das ist gerade mal für bei нед Jahren. Das Ablenken bringt sich jetzt nichts. Okay, gut, gut. Hast du den Meisel jetzt? Ja. Ja, wo sind die? Ah, kommt gerade. mach, mach erst mal, mach erst mal, ich leck ihn einmal ab. Nein, ich hab, nein, nein, ich hab, scheiß auf, lass ihn durchlaufen, lass ihn durchlaufen. Okay. Wir haben hier 14 Jahre Zeit. Hallo. Hallo, wer bist du denn? Okay, sobald, der hier geht, fängst du an, weil dann, wenn er kommt, verschaffe ich dir nochmal ein paar Sekunden, damit du wieder abbrechen kannst, weißt du, ich lenke ihn dann ab. Was machst du jetzt bei dir, ne? Genau. Also. Und. Go, 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 go. Ja, 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 sehr gut, sehr gut. Mach, 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 mach. Mach, 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 mach. Du hast richtig Zeit, du hast richtig Zeit. Links rumdrehen, ne? Ja. Ich muss kurbeln. Ja, ja, genau. Weiter, 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 weiter. Ich will tippen. Weiter. Nein, tippen kommt gleich. Okay, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Mach, mach, mach. Okay, reintreten, hätt's noch machen können. Reintreten, hätt's noch machen können. Okay, ne, ich jam mich jetzt hier vorne hin und guck mal raus. Hallo, Officer. Lange ist es her? Wie geht es dir denn? Lass der andere jetzt auch schon los? Ne, ne, der kommt gleich erst, der kommt gleich erst. Aber, ähm, tritt das mal weg. Tritt's direkt weg, ja, ja. Ja. Warte, guck mal in die andere Richtung. Und go, 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 go. Hack komplett weg. Du hast richtig Zeit, du hast richtig Zeit. Mach, mach, mach. Ja, sehr gut. Du hast richtig viel Zeit, da kommt gerade gar keiner. Oh, tipp, tipp. Ich sag ja. Tipp, tipp, tipp. Okay, der rechte kommt gar nicht mehr. Der linke kommt gleich wieder. Warte, 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 warte. Guck in die andere Richtung, guck. Oh, mach aus, mach aus, mach aus, mach aus, mach aus, mach aus, mach aus. Dicker, mach aus. Hallo, Officer. Na, das ist gar nicht, wie sie tut. Einmal Pommes und ne große Cola. Eine Flasche Pommes. Guck mal, in die andere Richtung. Ja, der kommt irgendwie nicht mehr. Okay, go, go, go. Du hast ja auch fast geschafft. Der rechte kommt gar nicht mehr. Er ist kaputt. Geil, 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 geil. Was machen wir jetzt, wenn wir kacken müssen? Oh, das ist echt eine gute Frage. Ey, top. War heftig. Wir sehen mal schnell wie das Licht aus. Also der Plan dahinter. Ja. Wir müssen bestimmt noch unser Bett preparen. Ready? Okay, ready. Okay. Kriechen, 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 kriechen. Dann machen wir doch mal. Lassen wir das Klo jetzt einfach so stehen oder was? Nein. Okay. Nee, nee. Sehr gut. Alter, wie geil. Das hat ja so einer gebaut, als ob man hier ausbrechen soll. Das ist echt so, ne? Bist du sicher, dass du da lang gehst? Oh, oh, oh. Okay, hier müssen wir bestimmt gleich durch. Oder? Wir müssen noch irgendwas reinschmeißen, damit es bestimmt kaputt geht. Ah, nee, hier. Hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Hier, guck mal, komm mal hier. Leo, I need some help here. Ja, warte. Okay. Nee, hier. Komm mal schnell her. Ist eine Stange? Die müssen wir abbrechen. Geil. Wir haben Rohr. Alter, wie dir der Kackstift gehen muss in so einer Situation, oder? Wenn du gerade ausbrichst. Oh, ja. Oh, geh durch, geh durch. Und das Bein ab. Okay. Da kommen wir noch zu zweit ran. Warte? Nee, hier kann ich, ich kann noch mal kriechen und ich kann noch mal klettern. Nee, ich kann nur klettern. Warte, warte, warte. Ah, hier. Hier, ich hab Strom. Ich hab Strom. Okay. Sehr gut. Jetzt kannst du. Okay, shut down. Come on through. Die Stange doch mit, du Hohen. Need some help with the door. Get over here. Geil. Geil. Heftig, okay. Also, ohne Witz, mich bockt das... Das ist ultra das geile Spiel. Wirklich. Es macht richtig fun. It's a long way down. Yeah. Spring. We're gonna need something to down there. Yeah, we do. Seil. Hold on. Bestimmt eine Fl- Äh, hier. Eine Schlange. Oh, here. Feuerwehrschlauch, oder was? Ja, genau. Oder? Check this out. What are you thinking? I'm thinking sheets. Alright. Let me hear it. Okay. We need to find a way into this room. Once we do that, we can get the sheets in here. Sounds easy enough. Problem is, they don't allow inmates in there. You think we can sneak in somehow? Yeah, but we're gonna need to get a hold of a laundry cart. Once we have the cart, one of us has to hide in it. Then what? The guard will inspect it and then bring it to the back room. What do you mean, they're gonna inspect it? Don't worry about it. They don't look too hard. As long as we're covered in some sheets, we should be fine. Okay. Okay, also ist das Ausbrechen jetzt noch nicht passiert. Wir müssen jetzt erstmal noch den Weg nach draußen bereiten. Aber es ist halt vom Grundprinzip her das klassische Ausbrechen. Also wenn ich jetzt als 5-Jährige eine Geschichte über das Ausbrechen schreiben würde, würde die genau so aussehen. Ja. Also. Aber ist ja trotzdem gut. Bügel erstmal. Ja. Also ich konnte das eigentlich, ich hab das eben. Was haben wir denn hier, warte mal. So ist das jetzt aufgemacht? Soll das da rein? Weiß ich da. Ich hab das da schon mal reingeschaut. Okay. Okay. Ja, that shit, right? You're looking at a free man. Oh shit. Yep, next week is my last. Ich hab hier schon mal die Wäsche angemacht. Also damit wir schon mal sauberer landen. Ja, find ich gut. Dann kümmere ich mich mal hier an den Hinterküsten. Ich geh mal in den Wäsche wagen hier. Okay, ich muss meinen eigenen Wagen holen, sagt er. Ja, das mache ich doch. Okay, der Typ, mit dem ich gerade rede, der steht anscheinend ziemlich auf Stripclubs. Hallo, ich möchte einen Wäsche wagen holen. Hey, Mann, ich könnte einen von diesen Karten nutzen. So, wie ist das Wäsche? Was ist das Wäsche? Ich bin kein Wäsche. Wo ist dein Gefühl der Humor, Mann? Hey, du willst mich mit mir sein? Hey, relax. Warum bist du so geimpft? Ja, Mann, ich bin sorry. Es ist einfach... Das fucking Arschluss hat mich in ein schlechtes Wäsche. Wer, dieser Mann? Ja, denn es ist nichts persönlich, du weißt? Ja, ja, sicher. Okay, ich muss mir jetzt erstmal mit jemandem prügelen. Ich habe einen Wäsche wagen organisiert. Hey, was's up? What the hell does it look like? Ach, nicht. Ich holte jetzt einen Wäsche wagen. You don't have to get old whiny about it. Does this look like fun to you? Would you like to do this all day? Okay, komm her, du kannst in den Wäsche wagen rein. Ja, warte. You mean this ass off? Da muss halt noch eh die Wäsche rein. Ich muss gerade erstmal Mediator spielen. Oh, Mann, kannst du? Stupid. Don't make me get into it, alright? Also, wir brauchen Wäsche. Fair enough. Ey, Junge, ich habe gerade mit dem geredet und er mag dich trotzdem. Schnell. Wir haben nicht so viel Zeit. Nein, komm hier hin. Hey, get your own car. Ja, aber ich habe gerade zwei Männern dabei geholfen, sich nicht mehr zu streiten. Hier. 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 Hol dir so einen Sack. Okay, ich habe einen Sack. Ich habe hier alle Leute bestochen. Ich schmeiß das hier rein. Okay. Ich weiß nicht, wie viel davon brauchen. Wahrscheinlich viel. Ich werde mal reingucken, ob das funktioniert. Ist das schon reif? Wahrscheinlich. Verdammt, es schmeckt wie Scheiße in hier. Shh, schau dir die Wäsche an. Sicher, aber es schmeckt wirklich schlecht, Mann. Wirklich schlecht. Du kannst dich umgucken. Guck mal, ach so, einer reicht schon. Guck mal. Nee, warte. Guck, ich habe hier noch mehr. Ich schmeiß einfach so viel drauf, wie geht. Ja, mach mal. Gordon. Nein, 1100. Schmeckt dir, Stream? Das ist ja lecker. Schmeckt dir, Stream? Kann ich eigentlich auch noch da rein? Ja, ja, klar. War das zu zweit? Nein, also zu zweit? Nee. Wirst du meinen Penis, wenn ich hier vorstelle? Den will ich nicht sehen. Okay, was mache ich jetzt? Kannst du mich fahren? Ja, warte. Du bleibst... Ja, ich kann dich fahren. Bleib mal kurz da drin. Ich habe mir noch einen Wäsche-Sack. Wahrscheinlich sagen die nachher, bitte packen Sie da nur saubere Wäsche rein. So, hier, zack. Okay. Geht nämlich den Wagen hier? Ja, fahr mal. Wie geil sich das steuert. Das Ding wird hart beschissen. Guck dir mal. Ja, ich gucke durch den Schlitz. Ich gucke durch den Schlitz, ja. Das Färzig hat genauso geschissen, wie der Hufschrauber sich bei Whitelands fliegen lässt. Und bumm. Oh. Mir wird richtig schlecht, wenn ich durch den Schlitz gucke, ey. Oh, das wird zu viel. Dreckend, die man im Pornos lacht. Alter, also... Ich verstecke mich jetzt, ich verstecke mich jetzt. Ich verstecke mich jetzt. Ich verstecke mich jetzt. Ich verstecke, dass das funktioniert. Ja, bist du bereit? Ja, go, 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 schnell. Also, ich versuche, was, ich versuche, was riskant ist. Vollgas. Mit Schwung. Hallo. Soll ich mal... Ja, ich will jetzt X loslassen. Nein, nein, nein. Der hat auch so gar keinen Bock auf seinen Job, ey. Okay, das Ding jetzt. Da steht... Okay. Du musst ein Hinterzimmer verschaffen. Okay, das heißt, ich gehe jetzt noch... Gut, was passiert mit dir? Er fertig. Okay, ich sehe das ja. Ich sehe eine Heizung. Na, jetzt kommt gleich zum Kampf. Diese Maschine da ist kaputt. Aber es ist ein Problem mit der Washingmaschine da. Oh, ja? Was ist das Problem? Es ist, äh, broken. Ich weiß nicht. Hm. Du kannst, glaube ich, jetzt raus. Das ist nicht broken. Gut, das war auch... Stopp. Get back to work. Was denn? Das ist so... Du bist halt einfach rausgesprungen, obwohl halt noch nichts klar war. Ja, das Ding ist, ich habe nichts gemacht, ne? Das hat er gemacht. Ach so, er ist automatisch raus? Ja. Okay, warte ganz kurz. Ähm... Und zwar, bleib mal da. Ich werde jetzt... Easy. Hier, guck mal. Okay. Ich schmeiße jetzt die ganzen Müllehammer, wie du hier gerade siehst, in die Waschmaschine und mache die Waschmaschine an und dann spreche ich den Typen noch mal drauf an, dass die Waschmaschine kaputt ist. Okay. Ich brauche dich, ähm... als Hilfe. Ja, ich muss hier kurz noch die Waschmaschine kaputt machen. Okay, jetzt gehen wir zur Tür. Aber da ist jemand. Da hin musst du. Jetzt nicht mehr. Zur Tür. Ja, ich muss erst die Decke weglegen. Ich nehme die auch wieder mit. Okay. Wir müssen doch die Laken nehmen. Wir müssen doch welche nehmen, ne? Ja, aber du musst jetzt hier... Warte, komm her. Du musst Räuberleiter-Action. Da ist die Vente. Jetzt müssen wir die Laken nehmen. Komm her, hand mir die Laken. Ja, 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 ich komme. Ach so, du musst das so richtig... Nee, ohne will. ... richtig festhalten, ne? Ja, ja. Als ob ich die nicht einfach hätte... ... selber da hochwerfen können. Drei Stück. So, eine Exit-Strategie? Nee. Ausblenden. Was ist deine Exit-Kam-Öl-Strategie? Schnitt. Ein guter Schnitt. Ohne Witz. Es ist die beste Exit-Strategie der Welt. Blende schwarz. Hahaha. Okay. Oh, entschuldigen Sie. Ja. Let's hope so. Der klingt richtig traurig gerade. So, Warno, bevor wir jetzt hier weiterspielen, ganz kurz, ne? Ja. Das ist doch geil und direkt dran hängt. Findest du das gut, dass wir jetzt nicht nochmal da langkrabbeln mussten? Ja, finde ich sehr gut. Dass dieses überblende direkt hier hin ist? Finde ich sehr gut. Oh, ich höre Schritte. Unsere. Nee, hier sind nirgendwo welche. Hilf mir! Los! Warte doch mal. Warte doch mal. Ich muss hier spektakeln. Nein, guck jetzt! Los! Da ist einer nämlich. Ja, ist doch egal. Es kann sein, dass wir gleich zu laut sind. Ich zuck mir, Hörin, ja. Manchmal muss man auch einfach abhauen. Das ist so dein, das ist so mein Moment gerade. Ach, scheiß drauf geht's erst mal. Taschenlampe finden. Ja, gut, dass hier eine liegt. Schmeiß mir die mal runter. Lass bestimmt gleich noch Batterien finden. Oh, entschuldigung. Verlängerungskabel. Batterien. Ist da irgendwo Batterien oder reicht das jetzt schon, was ich hier gemacht habe? Weiß ja nicht. Okay. Oh, da war für gerade einer. Der ist slippy hier. Vielen. Ah, hier. Was denn hier? Leuchtplatz zu mir? Du hast ja gerne, ob du die Sachen machst, obwohl wir nicht mehr wissen, was sie bringen. Wie haben wir da leuchtet dann? Ah, geil. Okay, das heißt, dass wir trocken liegen. Warte mal. Hier ist noch eine Zelle. Das habe ich mal vertraut. Oh, goddammit. This water smells like shit. Smellet like teen spirit. Oh, ich kann nicht reden heute. Are you being funny now? No, I'm just stating facts. You're waiting in actual shit. Fuck you, man. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Wie du da an dieser Scheiße rutschst, ey. Ich bin einfach mal ein bisschen getaucht gerade. Ah, vielen Dank. Geil. Ich glaube, jetzt bin ich bei dir, oder? Ja, da hinten geht runter. Ja, läuf ich mir da mal hier rein? Das hat schon mal begeben. Achso. Äh, warte. Danke. Tschüss. Das ist ja so geil. So ein klassischer Moment im Knast. Ja, komm, ich nehm dich mal mit. Shit. This should work. Wie stockend auch geschlagen hat. Aushol. Steh leid. Wie stockend? Ich habe aber einen Stein benutzt. Das soll laufen. Du stehst halt hart im Weg. Hast du den Jog nicht verstanden? Schade. Ich habe da schon verstanden wegen Stock und Stein. Okay, drei. Sehr gut. Drei. Was war mit den anderen Zahlen? Das wird dir nicht vorlaufen, weil ich nichts sehe. Achso, Entschuldigung. Okay, Sackgasse. Zurück. Hier, hier geht's lang. Hier geht's lang. Nein, hier, bei mir. Da kommen wir doch her. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Glaube ich auch. Nee, bei mir geht's doch nicht lang. Ja, ich habe was gefunden. Warte, ich habe mich verlaufen. Okay. Da. Weiter. Weiter, weiter, weiter. Rechts. Ich habe mich hart verlaufen. Ich komme dir entgegen. Ich bin ohne Taschenlampe weiter gekommen als du. Aber manchmal ist es besser, wenn man nichts sieht. Hier. Ach, doch da, da war ich doch richtig. Hier rum. Und dann hier. Nicht wahr? Ja, ja. Genau. Wie creepy das aussieht, dass du so eine dunkle Person stehst. Dum, 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 dum. Shit. Guard, up there. Werden mega laut geflüstert. Hier müssen wir was hochziehen. Das war auch richtig leise. Ja. Oh, die Stelle ist geil. Oh, die Geschichte. Okay, heftig. Das würden wir halt in Releven-D schaffen. Warte mal kurz. Oh, heavy. Geht sofort weiter. Also pass auf. Ja. Pass auf. Sie haben gesagt, es ist mir einfacher, das gleichzeitig zu machen. Ja. Ich bin ja auch so der Theoretiker. Warum machen wir es nicht abwechselnd? Heute? Oh. Du bist. Ich bin ja auch so der Theoretiker. Ah. Ah. Digga, du musst doch nur X drücken. Warte. Warte. Oh Gott. Digga. und jetzt und jetzt immer abwechseln jetzt Egal, lass doch auf eine Höhe kommen Mach, mach, mach Stopp, stopp, ja, 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 ja Alright, alright, I'm waiting Wir müssen uns mehr abfragen, okay Okay, ab jetzt machen wir es gleichzeitig, okay Nein, drück jetzt, ich mach doch jetzt nicht gleichzeitig, wenn du doch Stopp Okay, wenn ich Stopp sag, ey Warte doch jetzt mal bitte Okay, aber ich hab schon gedrückt Warte 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 Jetzt Genau Ich dachte, du machst es Ja, warte doch mal, bitte agiert Okay, okay, okay Das ist mega anstrengend Wie du es doch nicht abwarten kannst Unglaublich Es ist unglaublich Aber es funktioniert doch perfekt Bin ich froh, dass wir verschieben sind Wenn wir gleich wären, wir wären dann noch nicht mal ein Meter oben wieder runter oder was? Das willst du auch nicht, ne? Da hast du so kein Bock drauf. Also ich wüsste nicht, wie das funktioniert, das runter zu machen. Ja, runter ist echt scheiße. Also hoch ist schon krass, aber runter, weil du musst ja die Kraft loslassen zwischendurch. Nein, wie schaffst du das denn da überhaupt erstmal in die Position zu kommen? Naja, du hältst dich quasi oben fest, drückst dich mit den Füßen ab, gehst in diesen Cat Stand und dann wieder Rücken an Rücken. Dann bist du ja genau gleich. Weiß ich nicht. Also ich glaube, von oben ist das gefühlt unmöglich. Mal Chiki-Chan fragen. Ja. Wenn du richtig skilled bist, dann springst du von Wand zu Wand immer links nach rechts. Ja. Da kannst du richtig gut bremsen mit. Hier ist ein Hobel. Ich hobel jetzt erstmal ein bisschen. Hat der nicht gerade drüben noch bei die Wäsche gemacht? Was ist denn über den los? Ich hammer jetzt erstmal ein. Guck mal, der Nagel rein. Ich hab den Nagel wirklich reingehauen. Da hab ich doch gesagt. Ah, du musst herkommen. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ja, warte, warte, ich muss eben, ich muss eben sägen kurz. Nein, komm her, du musst jetzt den Schlüssel klauen. So, äh, was ist das, was du hier in dem Workshop machst? Okay. Ich geh jetzt ablenklich gerade. Hinten greifen. Meins. So, aber ich muss uns eben zu Ende sägen. Wie kannst du da rauch? Hm. Well, du machst einen guten Job hier, ich sehe. Danke. Sind wir hier fertig? Jetzt mach ich hier nochmal ein bisschen Dreh. Ich glaube, ich kann das gar nicht durchsägen. Ich dreh hier an dem, an dem Dreher hier. Jetzt musst du in deine Zelle zurück, ne? Hast du gesehen? Ne, ne, ich muss jetzt erstmal das Ding da reinstecken, glaube ich. Guck mal. Was ist denn da bei dir? Mach's doch. Ah, warte. Ich geh mal hier hin durch. Ah, okay, ich weiß, was das ist. Ach geil, jetzt geb ich dir den. Ja, ja. Perfekt. Als hätten wir das schon mal gemacht, ne? Ich warte dir schon seitdem. Noch nie so ein unsich... Noch nie so ein unsicheres... Noch nie so ein unsicheres Gefängnis gesehen. Echt krass. Jetzt musst du durch den... Warte, ich muss eben... eben kurz diese große Maschine noch mitnehmen. Ah, geil. Jetzt habe ich alle Maschinen bedient. Oh, ne, den Bohrer muss ich auch noch kurz erinnern. Hm, ein Drill-Bazzer. Nice. Geil. Ich habe alles gemacht, was ich machen wollte. Perfekter Viretjob. Haben wir hier noch was? Leo. Geil zur anderen Seite. Ja, geht klar. Warte kurz. Digga. Wie ich jetzt eine Stunde wieder auf dich warte. Nein, nein, ich renne doch schon. Ich bin... Ich bin... Ich bin Flash. Wo bist du denn? Da musst du durch. Hier, na? Nein. Entspann dich mal. Genau. Du kennst den Drill. Okay. Da hin. Da hin. Geil. Warte, jetzt komme ich hier durch. Das ist echt krass, wie unglaublich unsicher dieses Gefängnis ist. All right. Hey, Guard. Hallo. Achtung von über. Was macht ihr hier? Warte nochmal. Die sind richtig special aus. Ich will nicht nur vorgehen. Geh mal weg. Whoa, 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 hey. Ist da ein Problem hier? Nein. Nimm, 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 nimm. Nimm den Schlüssel. Geht nicht. Geht ein Stück zurück. Das ist mein Gesicht. Warte. Loll. Loll. Ich bin nicht der lustige Typ. Hast du etwas schüttet? Nein. Hey, ich glaube, du bist. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Haha. Genutzt. Hier oben steht noch einer. Direkt vor uns, Hörer. Geh du vor. Ich sprint an dir vorbei. Geh du vor. Let's go. Let's go. Perfekt. Shake down. Up against the bars, Inmate. Did you hear me? I said up against the bars. Ey, ey. Scheiße. Gib mir, gib's mir schnell. Wir müssen helfen. Hör auf. Hör auf. Sei durch. Scheiße nach hinten rein. Geil. So ein geiles Versteck. Hör sich ein bisschen assi an, aber ich bin immer froh, wenn du den Scheiß in der Hand hast. Hör auf. 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 Na ja. Zum Glück hast du ja mich, ne? Oh. Ohne Scheiß, dir muss doch so der Arsch auf Grundeis gehen, wenn du so eine Aktion gerade durchziehst. Boah, inniger Kuss. Boah, heftig. Darum kriege ich keinen Besuch. Alle tot. Vincennt. Seems legit. Are you sure? I mean, we both thought we could trust Harvey. But this guy wants to take him down as much as I do. What? Why? I don't know yet. But I'll find out. Okay. So, how's Alex? Well, it's been six months. He misses his father. Shit. I miss him, Linda. Has he found out? No, no, listen. It's fine. He still thinks you're in Italy helping your uncle. Good. Good. Is this trouble from Harvey? Don't worry about that. He won't find us. And you're sure? Yeah. I got us a new place. We should be safe for now. That son of a bitch. Baby, baby, listen. We'll get through this. We just have to stop. Why are you still waiting? Nobody's coming for you. Maybe she just missed her bus. I'll wait some more. No more visitors are coming in today. You want to make a phone call? Or you want to go back to your cell? No, man. I'd like to make a phone call, sir. Let's go. For the lonely ranger? Yeah. Yeah. Carol, why aren't you here? Because I'm at home expecting our baby. Please. We've talked about this. No, you've talked about this. I didn't have a say at all. You're in prison. I'm gonna be out soon. Listen to yourself, Vincent. This isn't who you are. Is this how you want your future child to remember you? No. But I need to take care of the Harvey situation. Carol, you know that he killed Gary. He was my family. My own brother. Oh, der Bruder. I know you miss him. But you can't bring him back. You're just gonna get yourself killed. Please. You know I have to do this. I can't believe you, Vincent. The old one. Yeah. Krass. 0,3,4,6,5. Das kann man sich gut merken. Whee. Also, ich muss... Die Story gefällt mir sehr gut. Ja. Sieht halt nur nicht so geil aus. Aber der Rest ist top. Nee. Es sieht halt richtig crap aus. Die Kanten sind halt super flimmerig und so, ne? Mhm. Auf der X nicht. Das ist halt echt schade. Er ist auf der... Also, bei mir ist es sehr stark. Ich wollte es gerade einfach nur sagen. Ich weiß ja nicht. Ich sag nicht. It's our window. We leave tonight. I'm ready. Ich würde sehr gerne jetzt mal kurz mit Bananenweizen holen. Ja, mach doch. Ich spiele in der Zeit weiter. Wir laden das. Ich hoffe, es passt von der Zeit. Der klassische Satz bei einem Koop-Ausbrechspiel. Ich spiele so lange weiter. Ach, sehr geiles Spiel. Mir gefällt es wirklich sehr gut. Vor allem dieser Koop-Ansatz. Der gefällt mir echt richtig gut. Du hast den Kanten? Ja. Aber einfach nicht drücken. Okay? Sind Sie schuldig? Du denkst, ich werde das Klamm wieder machen? Ich hoffe, wir müssen es nicht. Es ist nichts zu hoffen. Es ist nicht passiert. Gut, dann warten wir kurz auf den Daniel. Und jetzt gucke ich mir einmal das Menü an. Optionen. Was kann man denn so einstellen? Nix. Grafik. Leistung. Gut so, so. Ah, guck mal. Ich kann auch die Auflösung und Leistung umstellen. Ah, wir machen Leistung. Finde ich besser. Ich habe ja eine X und ich mache jedes Spiel grundsätzlich immer auf Leistung. also auf Frames. Weil Frames sind mir eindeutig wichtiger als die Grafik. Daniel? Ja? Mir ist gerade aufgefallen, im Menü kann ich sogar noch die Grafik hochschrauben. Ich habe gerade alles auf Leistung. Ich stelle mal alles auf Frames und ich könnte die Grafik sogar noch hochstellen. Okay, das hast du jetzt auf deiner X oder das kann ich bei mir auch machen? Ja. Kannst mal ausprobieren, aber ich habe das auf der X auf jeden Fall. Okay, dann schaue ich mal. Wie schwer war das Spiel bei dir? Wie schwer? Ja, wie viel Gigabyte? Boah, keine Ahnung, wirklich nicht. Müsste ich jetzt extra... Bei mir waren es ungefähr, glaube ich, neun. Komm, ich gucke jetzt extra live nach für euch. Ich gucke jetzt extra hier nach. 17,4 Gigabyte. Okay, das ist schon mal ein heftiger Unterschied, ne? Ja. Dann sieht es doch besser aus bei mir. Kann ich schon mal so sagen. Muss es? Ja, also... Alles andere wäre auch enttäuscht gewesen. Ich schraube jetzt schon mal ein bisschen, ne? Auf Start hast du... Auf Start hast du gesagt. Wo dann da? Option. Genau, und dann Anzeige. Audio. Okay, habe ich gar nicht. Ich kann fortsetzen. Papierde neu starten, Option zum Hauptmenü. Option ist dann allgemein. Steuerung und Audio. Okay. Ich habe noch Grafik als letzten Punkt drin. Heftig, oder? Das ist also allein schon, dass da der Unterschied dann existiert. Ja, ja. Das ist doch ganz geil eigentlich. Da lohnt es sich wenigstens. Dann weißt du wenigstens, dass du was umstellen kannst. Diese Option habe ich eigentlich in jedem Spiel. Ich finde das geil. Also ich mag diese zusammen interagieren. Ist sehr geil gemacht. Ja, muss ich auch sagen. Gefällt mir sehr gut. Wie synchron wir da rüber gejumped sind. Hier komm, nimm es dir einfach. Du hast mich komplett eingeparkt. Ich kann mich keinen Zentimeter bewegen. Guck mal. Drück X. Digga, ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich keinen Zentimeter bewegen. Das ist X. Hä, ich sehe das, wenn du mich gerät. Drück einfach X. Das geht nicht. Wo kannst du denn hingucken? Du packst mich die ganze Zeit ein. Jetzt fahr die Scheiße da einfach hin. Hier. Guck mal, ob du das jetzt nehmen kannst. Steht hier. Ist doch geil. Funktioniert doch richtig gut. Ich kann es nicht wieder wegnehmen. Ich möchte hier durch. Wie du so ein halber Mann da rausguckst. So geil. Wie ne Katze. Krabbeln wir durch. Sind wir jetzt... Sind wir jetzt wieder auf dem Dach? Gleich? Ja, ja. Ja. Gekla. Wie geht's los? Das ist ein bisschen sleeky sein. Gut klar. Oh-oh. Gekla. Oh-oh. Wir müssen die Gäste Biff mal einen Stein Warte, warte, warte Egal Geil Der auffällig Schleicher, den ich kenn Ich lauf einfach immer Ich geh einfach ganz normal durch die Räume Das ist so geil gemacht, ohne Witz Na komm Nice Und ich tue es zu Ja, die ist jetzt zugefallen Alter, da sind ja richtig viele Okay, warte mal Ausschalten Das mach ich jetzt erstmal na Ja, ich renne jetzt erstmal die Leiter hoch Den Typ hier oben jetzt Ich hab den tot gemacht Du hast den tot gemacht? Oh oh Ich glaube ich muss kurz warten Ja, ich muss kurz warten In die Hocke Warte Okay, ich kann ihn ausschalten Ich muss aber nicht Ich kann auch weiter gehen Ich weiß noch nicht, ob er dann die Leiche findet Wir machen das jetzt erstmal ohne ausschalten Komm erstmal jetzt hier hoch Das haben wir Klimmflüge gemacht Ich hab' mir Klimmflüge gemacht 15 Stück an der Zahl übrigens Wo hast du denn eigentlich den einigen hingelegt? Er liegt da einfach ganz im Spanisie von hier. Achso. Der chillte halt. Komm mal, Mann. Was ist das wirklich necessär? Da stand X drücken. Oh, ich nehme mir ein Buch mit. Ah. Alter, halt, stopp. Jetzt rede ich. Ich rufe jetzt eine Pizza. Es klappt nicht wieder, den ich haben wollte. Geil, ich habe einen Hörer. Ja, kann man immer gebrauchen. Oh, ich habe dem Vogel die Freiheit geschenkt. Mieter, für sich der Erfolg. Warte, hier kann ich so ein Fenster durch. Ja, mach mal. Freiheit. Ha, ha. Okay, wo bist du denn gerade? Äh, Fahrstuhl. Genau da. Ich habe jetzt Angst, dass hier wo einer steht, wenn ich hier durchgehe. Nein, nein, da ist alles frei. Geh. Dann bist du runtergegangen oder bist du hochgegangen? Ganz, ganz runter. Und da rein. Da rein. Ne, 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 ne. Da, genau da rein. Was hast du denn unten? Einfach reingehen. Bist du runtergegangen? Da ist gar nichts. Da ist nichts. Ja, aber was denn unten? Gar nichts. Da ist eine Tür. Ich weiß aber nicht genau, was wir jetzt mit denen machen sollen. Warte. Warte mal. Warte mal, wo du jetzt da reingehst. Ach so, vielleicht können wir die ablenken. Ja, einer klopft wahrscheinlich wieder an die Scheibe. Warte mal ganz kurz, bevor du jetzt dagegen klopst. Wir können die zu... Nein, nein, wir schalten die zusammen aus. Wir schalten die zusammen aus. Die gucken beide nach hinten. Die gucken beide ans Fensterscheibe. Siehst du das? Aber müssen wir doch gar nicht. Warte mal. Wir können hier direkt raus. Wir können hier direkt raus. There's the tower. Watch out for the light. Okay, aber links sind noch zwei Leute, ne? Es wäre einfacher gewesen, wenn wir die einfach gekillt hätten. Wir müssen auf das Licht aufpassen. Es gibt bestimmt einen Erfolg dafür, dass man niemanden ausgeschalten hat. Ja. Shit. Better avoid the searchlight. Ich gehe links rum. Oh, oh. Nicht. ola hot. Das ist ja da. Okay. Ich sehe, aber auch spannend. Oh meine Güte. Echt? Es ist sehr geil gemacht. Also es gefällt mir echt. Na? Wir geben jetzt schön Nackenschelle. Ja oder irgendwas anderes. Ein Kotelett. Was wir hier machen sollen. Warte wir gehen mal dran vorbei. Okay geht nicht. Warte wir gehen mal dran vorbei. Okay geht nicht. Dann hätten wir ihm doch eine Nackenschelle geben müssen. Nur so eine kleine. Nur so ein Klotz. Also es wirkt dann nämlich so. Dass man sich auch so gefühlt dran vorbei schwirmen kann. Ja. Ja. Ah da sind wir jetzt ja schon. Ja da gib mir mal direkt Schelle. Achso ich bin schon. Ich bin schon oben. Ich sage ja deswegen. Gib mir mal direkt Schelle. Okay. Die Lampe bewegen. Die ausmachen. We can use that wire. We just need something to slide down with. Okay. Der Penis. Meine große Nase vielleicht. Hier. Kleiderbügel. Hast du grad nen Waffel? Bügeleis mit nütz? Ich hab grad. Ja ich hab uns grad Waffeln gebacken. Ich slide da drüber ne. Ja mach mal. Warte. Ich komm mal direkt hinterher. Boah das ist so ein Kleiderbügel das aushält. Ich vertraue dem ja hart nicht. Von Ikea auf jeden Fall nicht. Toll. Na jetzt klettern würde ich sagen. Los. Tipp Wasserzeugen. Ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich. Das sieht nicht so aus. Das sieht halt einfach nicht so aus. Alter ich tippe. Die schießen. Die Schweine. Ja. Nichts? Geben. Auch damit! Rein! kassel aus dem knast ausbrechen das ist auch einfach ein heftiges zügig hey aber meaning to ask you some what's that back in the prison when we climb that shaft you know the back-to-back thing yeah what about it did you really do that when you were kid no what i saw it in a comic book once when i was a kid tell me you're joking no also ich muss auch ganz ehrlich sagen ich bin die beiden charakter sehr sympathisch ja ich ja kraft damit sind wir jetzt wohl ausgebrochen würde ich sagen und 104 ja wir sind draußen ab jetzt ist auch jeder für sich alleine da will ich ganz klar ne das ist so glaube ich ganz klar wie es war abgemacht dass wir zusammen rausgehen aber nicht dass wir zusammen abhauen ok finde ich gut dann ja kannst du dich nicht gegenwerden das war so klar warte wo ist sie ich slide richtig geil runter ich bin im busch Das ging besser als erwähnt. Es gibt locker einen Erfolg dafür, niemanden ausgeschaltet oder sowas. Ja, glaube ich auch. Oh, warte mal, hier kommt was. Ah! Achtung, hier kommt gerade was rein. Ich stehe direkt neben meinem. Ich hab den jetzt einfach mal mitgenommen. Hier kommt noch einer. Hier sind zwei. Ich frage, dass es dann auch einen Erfolg gibt für alle zu töten. Ja, wahrscheinlich. Nicht durchgehen, nicht durchgehen. Nee, ich bin nur noch über dir. Okay, geh. Komm, die beiden müssen jetzt gleichzeitig ausschalten. Warte, warte, ich hab hier hinten noch einen. Nee, nee, geh mal rechts. Genau, da. Ja. Okay, es wird hell. Geil. Komm. Gleichzeitig. Sorry, ich dachte irgendwie. Wurde erwischt. Ja, er hat zu lange gewartet. Man darf nicht zu lange hinter denen stehen bleiben. Du hast zu lange gebraucht. Okay. Okay. Passt das? Ja, ne? Ja. So weit das Zeichen kommt zurück. Geil. Warte, nicht weiter gehen. Ich höre gerade zu. Das ist alles frei. Ja, gut. Ja, gut. Ich hab irgendwie gesagt, die schicken Johnson, ne? Also. Ah, okay. Ja, ab ins Wasser. Ich hab jetzt auch gesagt, das ist das easyste, oder? Geh recht. Jo. Wir müssen sowieso gleichzeitig. Drei, zwei, eins, go. Nice. Perfekt. Ich glaub, es geht wirklich. Ohne jemanden. Also umgelegen. Kann er nicht. Gute Frage. Ja, ich weiß nicht. Ich glaub nicht. So kacken? Ja. Warte, ich muss kurz kacken. Hat noch nie jemand auf einer Flucht gesagt. Oh, hier müssen wir aufpassen. Hier darf man nur 35 laufen. Hier darf man nur 35 laufen. Ah, rechts haben wir was zum Biegen. Seh ich doch jetzt schon. We should be able to sneak under the bridge. Under the bridge? No. It's way too high. Too risky. I say we take that guy out. Take this car, cross the bridge. Richtig dumme Idee. What are you crazy? Don't like heights man, okay? Okay, warte mal. Ich wär ja für Windensweg. Oh. Ja. Also das mit dem Auto ist zwar deutlich actionlastiger, aber das klingt halt nach einer richtig dummen Idee. Muss man einfach ganz ehrlich sein. Ist halt wirklich so. Aber allein schon deswegen, ne? Möchte ich, also möchte ich das Ganze nochmal spielen. Auf jeden Fall. Um die Alternative zu wissen. Also. Don't look down, Leo. Ja, ich würde auch sagen, dass wir es locker noch einmal spielen. Guck mal, voll die gute Idee hier. Und dass wir jetzt hier verkacken und dass wir dann oben lang fahren müssen. Und dass wir dann oben lang fahren müssen. Ich kack dich nicht ein hier. Ich trink grad Bananenwalzen. Das ist gerade Max Payne. Max Payne 3. Das beste Spiel des Jahres. Ja, des Jahres. 2012. Und zwar. Ich tippe. Ich brauche Hilfe. Ja, ist das so? Wie war das eben mit man braucht keinen zweiten? Hm? 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 Haha. 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 Okay. Entschuldigung, ich muss kurz kacken. Oh, das ist hier mit den Klimmsügen gewesen. Lass mich mal an dich dranhängen, bitte. Hm. Nein. Alter, das ist aber auch ein heftiger Move, ne? Da Klimmzüge rüber. Also, ich meine, hier sitzt hier so ein Hangelgelöt. Den wir hier von meinem Penis. Danke. Das ist nämlich genau der Moment, dass ich hier schon zweimal das Leben gerettet habe. Ja. Wahrscheinlich. Aber ich glaube, die kommen erst noch. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Stuhl. 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 Was ist das? Komm hier. Siehst du die Runde da? Ja. Du denkst, sie könnten diesen Weg kommen und auf den anderen Seite schwammten? Oh, das ist ja voll geil. Na? Los. Komm, weiter geht's. Das ist ja voll schön, wenn wir uns immer in die Hände fassen. Das ist einfach... Warte mal. Guck mal. Guck mal. Nice. Eine Axt. Schön die Axt da reinhacken jetzt. Los, gib ihr. Oh. Oh. Das hätte ich auch so mit einem kleinen Finger machen können. Ja, also... Und jetzt lässt er die Axt stehen? Das war der schlechteste. Er nimmt doch die Schein-Axt mit. Oh, diese... Die hatten es bis jetzt viel zu leicht. Da ist eine Axt. Warte. Wir haben es nicht mal nötig, eine Axt mitzunehmen. Wir müssen noch einen anderen Weg finden. Dieser Schiff wird uns sparen. Ich muss kacken. Okay. Ich helfe dir kurz beim kacken. Du hast dich aber auch richtig in so eine Ecke gesetzt. Das ist auch ganz geil eigentlich. Ja, ja, ja. Oh, oh. Hilfe! Oh, shit. Officer down. Quadrant C. Suspekt apprehended. Requesting Backup. Moving in to secure him. Oh, oh. Du hast nicht mehr viel Zeit. Gar nicht mehr viel Zeit. Keine Zeit mehr. Oh, oh. Jetzt wüsste ich gern, was mit dem Hund passiert wäre. Oh. Slow Mo. Wieso. Are you serious? They are too fast man. Just keep running. man kann leider nicht nach hinten gucken also ich kann es hier die hunde bezweifle die hunde sind nicht da das gesicht gezogen oh nein Oh Scheiße! War das nur gerade? Und doch nicht. Wurdest du gebissen, weil du stehen geblieben bist? Nee, nee, gehört dazu. Sonst wärst du nicht früher da gewesen. Oh Scheiße, verdammt! Heftig! Okay, war das jetzt der erfolgreiche Ausbruch? Ich glaube schon. Ich glaube noch nicht, oder? Jetzt erfahren wir erstmal was für einen Diamanten ich klauen wollte. Oh, ohne Witz. Warum haben die englischen Charakter Untertitel? Hey! Die Araber nicht. Ich versteh halt nichts. Weil die niemand versteht. Alter, guck dir mal den Koffer an. Das ist einfach nur so ein Loch. Ein ganzer Koffer für ein Loch. Oh! Jetzt dachte der Schwarze hat dem Harvey diesen ausgebrochen. Oh nein! Geil! Boah, geil. So you decided? Yes. Price down or not deal. Okay. No deal. Okay. Heftiger Dude. Ich muss aber natürlich sagen, er hat die richtigen Argumente gehabt. Zwei Kugeln. Ja ja! Ich bin Hunger. Okay. Das schönes Wasser recht. Hm. Wir sind bestimmt gar an so einem scheiß Campingplatz vorbei, wo so eine kleine Familie sitzt. Wahrscheinlich, ja. Wir können auch die Sandwitsche. Witsche. Einmal die Sandwitsche, bitte. Wie du dich hier gerade durchs Level spawnst bei mir. Hey, help me out. Darüber zu klettern. Ja, echt so, ne? Anstatt einfach drüber zu, oder links durch den Busch zu gehen. Ja. Ja. Du hast wieder Videospiel. Ja, aber ich hab ein Koop-Spiel. Ja. 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 Wie goldig. Okay, ich scheuche den zu dir. Du gehst da links in, geh mal da links in die, wir treiben die in die Ecke. Ja. Ja. Ja, wir müssen hier da oben rein schrauchten. Hier hinten, guck mal, oder? Ne, hier in die Ecke. Warte, 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 warte. Guck mal hier. Ja, ok. Hier nicht rein, hier gehst du raus. Das ist doch die richtige Ecke gewesen Bleib mal da Und dann? Weiß nicht Ich wollte gerade zugreifen, aber es geht irgendwie nicht Du hast auch die Lücke aufgemacht Ja, ich versuche gerade Warte mal Muss man die vielleicht Warte mal, bevor wir hier anfangen rum zu wischen Warte mal, warte mal, warte mal Gibt es da vielleicht irgendwas, womit wir die Fische fangen können? Ja, ja Speerspitz Siehst du? Ah, ok Ich muss hier erstmal blasen Mach das Ich schnitz uns jetzt einen geilen Stock Ich brauche Feuerholz Weige Okay Ich habe jetzt einen Stock Ja, warte Ich mache jetzt hier kurz das Feuer an Genau, und dann brauche ich dich zum Fische aufwühlen Ja Ach, ist das nicht schön Ein kleines Camp Ist auf jeden Fall sehr idyllisch Okay Jetzt muss ich nochmal blasen Cool So, warte Okay Ich bin soweit Hä? Was? Nein Du musst jetzt mir einen Fisch fangen Komm Wollen wir nicht erstmal das Lagerfeuer betrachten? Ja, dann gehen wir hier in die Ecke Ich habe einen Jemals einen Fisch fangen Das heißt, ich brauche auch noch eine Schwerdebezirke Ja, ich muss auch noch einen schnitzen Ich habe einfach gewartet, bis einer an der Insel war und habe dann direkt zugeschlagen Geil, von wegen Ich würde das Messer halt auch so doll mitnehmen, ne? Also, dass nicht da wir da reinhaken Was muss ich denn zustechen? Mit RT Nee, hinterherlaufen bringt gar nichts Ja, ich Ich glaube sie schwimmt halt von mir weg So, jetzt geh über die Insel Jetzt geh über die Insel Und dann nimmst du einen, der da nah dran ist Wie weit kann ich denn stechen? Ach, mach einfach Geh einfach hin, mach, mach RT Die Sitz bringt jetzt nix Da, jetzt, jetzt, jetzt Er sticht halt in seinen eigenen Fuß Oh, du kannst ja nix, ne? Du kannst gar nix Was kannst du eigentlich? Almost Ich habe ja gleich so eine Seegurke So, jetzt komm von der anderen Seite Komm von der anderen Seite Na, geht doch Na, geht doch Meiner ist größer Du hast ja keinen mehr Ne, ich muss den weglegen Weil du es nicht geschafft hast Ne, ich muss den weglegen Weil du es nicht geschafft hast Ach, schön Was ist das? Was ist das? Ich bin gut Du bist ein schwerer Mann, oder? Es ist nicht wie wir hier haben Ja By the way Was hast du in für? Was ich nicht gemacht? Du bist inocent, oder? Wir sind nicht alle Ich bin inocent auch, du weißt Ja Ich bin sicher, du bist Was für die Familie? Du hast einen? Ja Eine Frau Ich hoffe Du? Du auch Und ein Kind Alex Ich fache ihn, Mann Ja, ich verstehe Ja, ich verstehe Das Scheiße Harvey wird das, was er verdient hat Ich erzähle dir das So Let's go after him Together Geil Look, Vincent I need to know what your story with Harvey is Okay Alright I was a regular guy With a boring bank job One day my brother brings in a new client Harvey Let me guess Money laundering Ach, das heißt auf Englisch echt Money laundering Ja 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 Okay Okay So I told him I wanted out He killed my brother As a warning After that I lost it I planned on killing him But the son of a bitch Pinned it all on me I was convicted for the murder of my own brother Wow That's fucking rough, man Yeah Sorry So, uh What's your story with Harvey? That's what I don't know That's what I don't know Fuck me over my ass for sure That's what we're gonna... Wait You hear that? Oh shit We're closing in We gotta move Ah, my fucking feet I guess you're gonna go Don't worry about it I got it, okay I don't know Hm Manchmal sind die Ladezeiten echt lang für so ein, in Anführungsstrichen, Gammelspiel Gammelspiel Gammel Game Ist echt so, ja Also... Keine Ahnung warum Gut, aber... Was heißt Gammel Game? Es ist halt synchronisiert Mit dem Multiplayer, ne? So wie jeder andere Multiplayer auch Richtig Rocket League zum Beispiel Ja Fucked Guck mal Weißt du was? Mit diesem Cliffhanger Ob wir Es jetzt schaffen Weiter auszubrechen Ja, würd ich einfach mal sagen Beenden wir die erste Folge Von unserem Let's Play zu A Way Out Also, mir macht's extrem Spaß Ich find's mir ja geil Jetzt quasseln die ganze Zeit im Hintergrund Ja Auf jeden Fall Okay Ähm Ja Mit diesem kleinen Cliffhanger Wie es jetzt weitergeht Werden wir diese Folge erstmal beenden Die nächste Folge kommt sogleich Ähm Wir schauen mal wann sie kommt Ich weiß noch nicht genau Heute werden wir keine noch mehr aufnehmen Aber wahrscheinlich morgen Deshalb, wenn ihr live zugucken wollt Dann morgen wieder einschalten Und bei YouTube Ihr kriegt sowieso mit Wann die nächste Folge kommt Äh, liken, teilen Abonnieren nicht vergessen Danke Daniel fürs Zocken Und bis zum nächsten Mal Hast du noch was zu erzählen? Immer wieder gern Boah, der Fisch war lecker Okay Mit diesen schönen Worten Der Fisch war lecker Verabschieden wir uns aus diesem Let's Play Einen schönen Tag euch noch Bis dann Ciao Oh oh Ich glaube es wäre besser Wenn wir uns jetzt küssen Warum? Wir kommen zum Ende Seht ihr? Oh mein Liebling Also ist das gut Oh mein Liebling Oh mein Liebling Gäht nach einem großen Ende aus Oh mein Liebling Untertitelung des ZDF, 2020